Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Marvinieske Immobilien. Wir stellen euch heute einen weiteren Offenbacher Stadtteil vor. Heute Offenbach-Ost. Dieser Stadtteil liegt im Osten der Stadt und grenzt an die Stadtteile Bürgel, Rumpenheim, Waldheim und Bibererberg. Offenbach-Ost ist neben elf weiteren Stadtteilen im Juli 2019 aus einem bis dahin stadtteilfreien Bereich gebildet worden. Etwa 2000 Einwohner leben hier und der Stadtteil wird hauptsächlich als Wohngebiet ausgewiesen. Sowohl verschiedene S-Bahn-Linien als auch die Stadtbuslinien der Offenbacher Verkehrsbetriebe verbinden den Stadtteil mit Offenbach, Frankfurt und weiteren Zielen im Umfeld. In West-Ost-Richtung durchquert die Bundesstraße 43 Offenbach-Ost und verbindet den Stadtteil mit Mühlheim und Hanau. Aktuell entsteht am ehemaligen Güterbahnhof ein neues Stadtviertel, das Quartier 4.0. In dem Quartier soll Wohnen und Arbeiten kombiniert werden. Neben 350 Wohneinheiten wird es auch Einzelhandel, Gastronomie, ein Hotel, ein Parkhaus und soziale Infrastruktur geben. Die Entwicklung des Quartiers 4.0 gilt als ein Schlüsselprojekt der Stadtentwicklung für den Offenbacher Osten.